moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge dead by daylight zusammen mit dem kleinen baby wir spielen heute das erste mal gleich schon längere zeit dead by daylight mal g0 abpuffen kann auch gerne vorbeischauen verlinkt ich dann auch folgt ihn dann auf twitter also auch nur bei youtube und ja wenn sie gefällt könnt ihr gerne like abonnieren und keine weiteren folgen zu verpassen nämlich mal ich geht das erst zum ersten mal hat schon auf meinen rechner schon mal gespielt also heute getestet wir stehen zusammen hier guck da oben guck mal nach oben da siehst du auch hier die leuchten wenn die so leuchten da weißt du auch ist ein genauer tun wenn bei dir unten ganz also ganz unten rechts oben angeht da weiß der kille kommt ich muss mal langsam das spiel einstellen also ist es noch laut durch trete ich auch mal so immer rechts links und wenn dann der der dinks kommt also den rutsch guck mal dann guck mal dann oben links was dann passiert wenn also nicht jetzt nur wer das in der mitte kommt dann oben links gucken oh scheiße oh scheiße was macht ihr denn oh der killer weg 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 komm her langsam laufen komm her 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 Oh, oh, Achtung. Also fast. Nein, ja. Der ist bei euch. Der kommt zu mir. Der ist bei mir. Und ich hör wieder ab. Kommt zu uns wieder, Micha. Komm mal hin. Ja, genau. Warte. Er hat in der Falle hier einen geplatziert. Achtung. Muss man mal aufpassen. Komm her. In der Falle. Irgendwo hat er in der Falle platziert. Wenn du die reinläufst, dann bist du tot. Du bist am Boden. Klaas. Oh, scheiße. Komms. Kommt dann hin und mir her. Komm mit. Achtung. Ach nee, kommt keiner. Wenn es leuchtet, dann heißt es ja. Wohl gerade wurde Gefahren gezeigt hinter mir. Angeblich. Ja. Langsam. Hätte mich. Links klick. Nichts, links. Doch, ich bin wieder. Und ich bin in seine Falle reingelaufen. Das ist bei mir. Das ist bei mir. Oh nein, ist das dumm. Achtung. Komm, komm, komm. Komm. Pussy. Oh. Da macht mir Angst. Ich lauf. Das ist lieber Killer wahrscheinlich. Aber glaube ich nicht. Warte, ich komme mal mit ihm zu dir. Hilfe. Achtung. Ja, warte, der macht nichts. Guck, dann merkst du, dass er lieber ist. Warum? Na, wenn er nichts macht, halt, der ist lieb. Komm mit. Guck, der macht nichts. Komm. Heim ich mal. Das war die Falle, die ich reingelaufen bin. Achtung. Ach so, der will, dass er seine Falle machen will. Na, komm. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Er sagt, nee. Komm. Komm, 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 komm. Den reinlatschen. Bring. Warte. Oh, komm. Au. Warte, lass mal. Ey. Hilfe. Nein. Was soll ich machen? Ich wusste ja nicht, warte. Warte, warte mal. Komm mit. Lauf, der läuft hinter dir her. Der läuft, der will, dass ich mich freikrable. Warte. Ich hab's geschafft. Weg, komm, komm, komm. Komm. Die Mucke. Und der Pult. Einfach so trackeln mit ADHD. Ich hab' ihn gesehen, kurze Zeit, ihr sind doch mal, vor uns. Seh'n da. Ja, ich seh'n auch. Wie gefällt dir das Spiel, Skull 1, bis seh'n? Ui, jetzt. Ui, schon dreiermaßung. Na komm, wir müssen die auch noch mal nennen. Guck mal oben links, wenn wir fertig damit sind. Kriegst du auch dann Blutpunkte. Guck mal oben links. Oh, man. Das war zu früh. Um rechts. Hier oben rechts. Ja, guck. Da kriegst du damit die Blutpunkte dran. Wo ist der nächste Generator? Ja, den suchen wir jetzt. Alter. Der kurz getötet. Geh weg. Ach, scheiße. Warte. Hilf mir. Am besten wir's helfen. Komm her, komm her. Mach gleich den gerne, den Flicks kaputt. Die Palette. Ah, zu spät. Da wird das die Palette runterschmeißen. Oder? Ach, scheiße. Der hat echt jede Falle platziert, ey. Alter, der hat echt jede Falle platziert. Ich send's. Okay. Komm her. Da will uns Blutpunkte spenden. Spend, Jun. Ui, spend. Nix, da jetzt weiß ich, wo die Falle ist. Komm mit. Pass da nochmal hin. Und siehst du das? Hab ich gar nicht gesehen, dass ich das nicht hatte. Na, was? Hier guck. Hier, da versteckt das so hier drin. Hier, guck mal unten. Ach, so weit dein Spiel ist so dunkler ist. Ja. Komm mit. Ich muss mal bisschen höheren Läder stillen später. Ach, komm mit. Lass mal Ausgang. Äh, der Ausgang ist hinten. Ich weiß das schon. Ja. Der eine macht, der fertig. Da macht der fertig. Da können wir, da mache ich mal zum Schluss, dann zum Ausgang. Siehst du? Da hinten. Wohin? Geradeaus, ja. Geht geradeaus. Ja, einfach geradeaus nur. No. Warte, ich komme. Komm her. Hierhin, da dir. Komm. Renn, 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 renn. Der hat echt gute Fallen platziert. Ähm. Ähm. Ja. Warte. Ja, genau. Da kannst du auch nochmal selber viel verdienen. Raus, 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 erst mal. Stopp. Am Ende. So hier, wie ich am Ende komme. Oh, raus, 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 raus. Das war echt daneben. Das war aber nix. Warte. Skipp mal einmal. Also ganz unten, wo die Pfeile sind. Die Pfeile? Na. Ja. Noch einmal. Warte, guck. Hier, wenn du das schaffst, kriegst du dann auch nochmal Punkte. Hier, guck. Hier, guck. Da kriegst du 50 Points. Ach, guck mal hier oben. Und hier was bekommen. Ja, guck. Und auch da steht 50, eine kleine Zahl. Und wer war der Beste? Na, wirst du sehen. Ich war der Erste. Der Beste. War ja klar. Mit einem 14 da oben. Mann, Mann. Mit 126.000 Blutpunkten. Aber so viele. Hab dich doch geholt. Geheilt. Andere geheilt. Generatoren. Hab immer das Weiße getroffen. Ui, das Weiße. Da hab ich nur 100 bekommen. Ja. Aber das sind keine Blutpunkte, oder? Doch, das sind dann die Blutpunkte. Ach so. Die werden dann halt zusammengerechnet. Hab steht das hier mal. Warte, das kann sich nur. Drück das später an. Geh erstmal fortfahren. 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 Hab steht aufwerten. Ach, wegen Blutpunkte, weil du genug hast. Aber die wollen wir jetzt nicht verschwenden. Geh mal auf das Auge, das Rechte. Drück dann unten drauf. Auf Flow One ansehen. Warte. Geht's überspringen. Warte. Was denn? Will ich bald ansehen, Flicken. Äh, warte. Drück auf, heraus... Äh, so... Äh, flant. Flamed. Ja. Ja gut, das sind wir richtig. Wird dann die... Warte? Warst du das hier oben, glaube ich? Das haben wir ja nicht. Was? Ne, das brauchen wir nicht. Das brauche ich, was ist keine Saukreden. Das kriegst du dann nur dazu. Das ist die Aufgabe, du erledigst. Ja und wie man... Mach mal, geh mal oben links auf Überlebenden. Oder warte. Ach, kannst du nicht andrücken. Ach, warte. Drück mal einmal ganz oben, link. Äh, ist doch nicht ganz oben links. Wo das Auge ist, geht ein rechts. Ne, nicht da. Unten. Dann eins rechts. Ja. Links klick. Machst du Überlebenden. Also auf das erste. Ja. Das drückt Q oder Space. Oder hast du... Habe ich schon, hast du wieder nicht. Ja. Da steht jetzt... Ja, hast du jetzt ja. Und da hast du es jetzt? Na, du hast jetzt eine Aufgabe angenommen. Da steht, lege ein Blutgerninsel an einem Blutbecken ab, um einen Blutzonen zu erschaffen. Und wie mache ich das jetzt? Das heißt, wenn der Killer dich schlägt... Ja, da kriegst du so ein Blutjahn, was am Kreis... Da gehst du zum Haken oder wo auch immer. Und da musst du Q drücken. Ach so. Kann ich auch eine andere Aufgabe erfüllen? Ergleich soll ich noch an, ich nehme? Ne, ne, kannst du nicht. Musst du einmal nur nehmen. Na komm, mach bereit. Also auf zurück. Hab ich schon bekommen anscheinend. Ne, das ist nur hier extra. Ne, das untere ist relevant für dich, die Aufgaben. Das hier? Ne, eins hoch. Ja, das. Da kriegst du nochmal 50. Und die APs bekommen? Ach, das ist durch die Runde. Ach, guck mal, jetzt habe ich auch 50 bekommen. Das war durch hier, wo der Level abgeschlossen hat. Ach so. Ich gucke. Tu das gut. Hallo? Hat dir wer angeschrieben? Ne. Da, was müssen Sie so machen? Shady. Größer machen. Was? Sie größer machen. Wofür brauchst du Licht? Wofür brauchst du Licht? Ach, muss man bereitrücken? Ja, Licht ist doch besser. Ne, ich seh dich auch so. Hallo? Ja, hallo. Keinen Umzug machen da unten. Helfen Sie jetzt live streamen? Ne. Aber? Gibt's nicht. Ja, jetzt sind wir alle oder was? Ja, wir sind da. Ja. Wollte eine Ufnahme machen, du, Ronny. Ach so. War immer gleich. Sie, Ronny. Warum willst du eine Ufnahme machen? Ja, ich kriege ja nicht dein Video oder so. Was? Macht der keinen Sinn. Und solche in der Video beim Joachland macht auch keinen Sinn. Dann sag auf, wer dabei ist. Dass die wissen, wer dabei ist. Ja, die Mitspieler, welche die erwähnen. Was? Ne, ich bin da nicht erwähnt. Ne, muss auch nicht. Oder sich. Die kennen wir ja eh nicht. Ne. Nur wenn die dabei sein und mitspielen wollen. Also. Wird das gut drin? Ui, drin. Bist du drin mit noch? Ui. Oh, wir sind zusammen. Wir sind zusammen, warte. Komm zu dir. Warte, wir kommen zu dir. Den Generator. Was? Den Generator. Dann geht er runter. Komm her, komm her. Du musst schnell machen. Komm, komm. Komm. Ja. Ja. Juhu. War dein jetzt zu langsam oder was? Ja. Oh, jemand wurde hier geschnappt. Ja, durch den Keller. Ja. Ui, durch. Immer das Weiße treffen. Ui, das Weiße. Na, du weißt doch schon, was ich meine. Ja. Wenn das Mitte kommt, das Weiße. Ja, musst du mal aufpassen. Ja. Da kriegst du dann immer 300er. Komm mit. Warte? Was zeichnet, dass du mitkommen sollst. Verstehst du? Ja. Hier guck. Oh. Hier meinte ich das, da mit der Blutsemmel. Was da mit Mike gemeint ist. Du darfst den Killer nicht so angucken. Sonst weiß auch, wo du bist. Ach, das ist ein Camper. Nein, so, warte? Ja. Kann ich mir holen? Warte, geh mal einsammeln. Hier. Also das könnte ich einlangen, guck. Hier, kann ich gut drücken, hier. Und Aufgabe dann erledigt. Ja, aber ich ja nicht. Nee, noch nicht. Komm mit, die erledigen wir zusammen. Warte. Komm mit, lass erstmal die Dinger suchen. Mit Dinger. Ja. Oh ne, komm weg, 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 weg. Dreh dich um. Weg, weg, weg. Ein Killer. Ja, genau, Sammler. Achso, konntest du sein, Sammler. Geh weg. Komm mit. Ey, wir suchen mal einen für dich, okay? Okay? Ja. Ja. Dann wird schon wieder einer am hängen. Ja, ist egal. Immerhin hängt. Die rette ich nicht. Die ich nicht kenne, rette ich nicht. Das ist schon der zweite. Warte. Komm her. Hier. Das kannst du holen. Das ist da vornere. Und jetzt suchst du, guck mal auf der Karte, wo du einen findest. Die sehe ich in die Map. Na, warte. Jetzt dreh dich mal kurz um. Ja, guck. Da hinten. Jetzt da hinten. Und drückst Kuh. Und guck auf Kavao Ballet. Sehr schön. Alles ist laut. Ja. Die sind beide tot oder was? Ne, einer. Der eine ist nur verletzt. Lalalala. Ich hör kein Killer. Ist du ein Killer? Ne. Ich auch nicht. Warte, ich kann nachgucken, wo der Kilo ist. Okay, sehe ich nicht. Der ist so weit weg. Oh. Was denn? Das war aber echt krass. Hast du drüber gedrückt? Ja, das ist aber einer der Zwange. Oh nein. Die Hexe kenne ich. Die kann dich dann one-hitten. Da liegste komplett am Boden. Wir machen schön unsere Aufgabe. Und die ist tot. Nee, noch nicht. Denn nur. Achtung. Du bist tot. Na, wenn man drei Striche hat. Achso. Du bist tot. Warte, du bist tot. Du bist tot. Warte. Oh, warte. Komm her. Du bist tot. Schrank warte leise ok der Klaus noch bei ihnen wir rauskommen noch nicht jetzt rauskommen er kam Ich bin heilt sie jetzt, wir heilen die beiden. Komm mit. Komm nach oben. Das ist der Killer-Plex, der kommen sollte. Hä? Läust du? Nie, wo läuf ich. Nein, ich bin worden. Ich glaube, der Typ in der... Da wollen die mich? Keine Ahnung. Da wollen irgendwie. Indie, gell? Ich lasse den jetzt in der... Ach nee, da kannst du fließen. Gegner! Willst du hin? Komm her. Alter, war das laut. Komm her. Schau dich mal ab und zu mal um. Oh, der Gegner. Das meinte ich. Dann bist du komplett... Was noch? Halt dich, wie es geht. Ich hange noch nicht mehr ein. Warte. Kann ich dich holen? Ja. Oder guck mal, ob neben dir wer ist. Außer ich. Ich weiß, dass ich in der Nähe bin. Aber ich verstecke mich nur. Keiner bisher. Guck mal, schau dich mal um. Doch, ich seh' keiner bisher. Hallo. Komm gleich hinter mir her. Hinter mir her. Komm, komm, komm. Ich hab das reif. Mensch. Wenn ich ehrlich sein soll, ich hab Angst. Wo denkst du noch von? Das war ein Killer. Komm, 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 komm. Sicher ist das Zimmer. Hast du gemerkt, will ich zusammen? Zuck, lepp, rein, zuck, lepp, rein. Ne, warte, ich hol dich, keine Sorge. Das ist der Killer, Tony. Das ist unter dir. Ja, du bist down. Du bist nicht tot. Zum Glück hat er dich gerettet. Das ist unter dir. Feilt dich. Nein, nicht mehr. Weißt du, wie ich zusammengezuckt bin? Glaubst du mir das wohl nicht? Es ist das Tom. der hat dich ach du angst weißt mal warte wenn ich schlafe ich habe das nicht Ich schaff das nicht! Oh! Rocket! Rocket! Zuschauen! Ja? Ja? Gemahl da oben, links ein Pfeil, daneben. Guck mal, wer da hängt. Der König! Aber, hier mal bis 3. Eins. AAAAAH! Hast du es gesehen? Ja. Was habe ich damit getan? Och, ne. Dann lasse ich mich lieber auch frei. Frei mit Billy. Ja, ich lasse mich frei, wenn ich gerne verwecken bin. Ich bin doch ein Scheißgelau. Scheiße! Autsch! Ich habe wieder rum. Alter, der kann mich nicht aufheben. Ach, scheiße. Der ist aber... Oh, nein. Was hat er vor? Was hat er vor? Der denkt sich auf Pirc mit, wo ich mich selbst drehen kann. Oh! 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 Soll ich ihn retten oder was? Killer! Oh! 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 Was? Ich habe Angst! Hä? Oder extra? Das fein bin ich gemacht! Oh! 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 Das soll sich heilen gut ist. Gut ist, dann ist der Lack gelockt. Der Lack gelockt. Ich bin nicht geheim, aber ich muss ihn machen. Gott. Oh! Junge, da kam ein Weizung. Hab ich das schon gut gemacht? Ja. Ja, was will er damit erreichen? Logik. Nein, nein. Aus. Aus. Fuck yourself. Ach komm, leck mich. Ach, fick dich. Na komm, sag. Was? Jetzt hat meine Pflicht gefloggt, obwohl ich hier gestorben bin. Ja, wirklich. Warte. Oh, ist das golden. Na, weil du die Aufgabe freigeschaltet hast. Willst du noch annehmen? Äh, warte. Mach erstmal das nix. Also warte. Ne. Nimm mal einen Pfeil rechts. Nicht da. Ja. Oh. Oh. Noch nicht mal einen. Weiter. 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 So, warte. Weiter. Guck mal, wer der erste ist. Oh mein. Oh, hab ich die verloren, die Sachen. Was? Oh, hab ich die verloren angeblich. Na, die hast du nicht verloren. Die hast du mitgehabt. Oh, wie ist das denn? Oder wo steht's da? Da sind wir hier gerade. Warte? Ekenstand verloren. Ach so, ja, ist es. Na, das heißt, du hast ein Objekt jetzt weniger davon. Warum? Na, weil du gestorben bist. Hättest du gewonnen, hättest du das Objekt wieder. Noch. Ach so. Geh zurück zur Lobby, also fortfahren. Ui, fortfahren. Schint die Gurke hinten. Ui. Reicht. Was? Ja. Hier gefällt's immer. So, geh mal auf das Weiter drücken. Wie drücken. Rausforderungen anzeigen. Drückst jetzt einmal links, legt drauf. Ja. So, geh mal das rechte. Ja. Oder hier. Aber da, wir müssen mal schauen. Okay, äh, das Unterste. Ja. Äh, nee, nicht das. Das ist für den Killer. Ja. Space. Und was? Leertaste. Wie, beides? Ja. Was heißt das jetzt? Na, das heißt jetzt, er für uns. Jetzt wieder. Dass wir eine Sammler, eine Blut der Insel, was wir vorhin gemacht haben. Auf eine beliebtige Art und weise. Blut. Na, das ist, na, das kannst du auch mit dem Killer machen. Ach so. Könntest du. Aber wir spielen da zusammen. Wie, zusammen. Na, die gibst du noch nicht aus. Wir sparen die erstmal. Verstanden. Ach so, was? Ach, das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Ach so, ne. Die wird ich übersprochen. Geh mal zum Shop. Also ganz unten. Ja. Warte, geh mal auf. Äh, schierend der gemeinsame. Das ist ganz oben rechts. Das ist ganz oben rechts, ja. Guck, da kannst du dann die Sachen kaufen. Oh ja. Entweder du kriegst ein Angebot, was du dann wieder zurück bekommst. Oder nicht. Also bereit drücken. Ja. Ui, bereit. Warte, du wolltest eine Aufnahme machen. Netter Versuch. Freunde, das war's jetzt mit der Aufnahme. Hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns. Bye, bye. Und adi. Tschüss. 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 Ich werde ihn natürlich auch verlinken. Tschüss. Tschüss.